Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute machen wir Banane Haferflocken Kekse. Dazu benötigen wir nur drei Zutaten, eine reife Banane, Schokodruck und Haferflocken. Als erstes nehme ich mir die Banane und gebe sie in meinen Teller. Die zerdrücke ich dann einmal mit meiner Kabel. Wenn das alles schön zerdrückt ist, geben wir nach und nach Haferflocken hinein. Wenn das alles schön verrührt ist, geben wir noch unsere Schokodrops hinein. Hier rühre ich ebenfalls runter. Wenn es nicht mehr mit der Gabel zu kneten ist, könnt ihr auch eure Hand benutzen. Jetzt holen wir uns einmal ein Backblech und formen uns kleine Kügelchen. Die gebe ich dann auf mein Backblech hinein. So kommt das ganze bei vorgehitzten Backofen bei 180 Grad. Ober- und Unterhitze 10 bis 15 Minuten hinein. Nach 15 Minuten ungefähr im Backofen müsste das ganze so aussehen. Das ganze habe ich schon mal auf dem Teller serviert, um jetzt ein Häppchen zu nehmen. Ich wünsche euch einen guten Appetit! Wenn euch das Video gefallen hat, drückt auf gefällt mir und abonniert euch kostenlos auf unserem YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Eure Nada